Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des Rajuntek METES, einem farbenfrohen Mini-ITX-Gehäuse, welches für etwa 55 Euro erhältlich ist. Fangen wir zuerst mit den Äußerlichkeiten an. Die Front des Gehäuses ist eine einzige Aluminiumplatte, von oben nach unten gebürstet. Hier ja alles in einem sehr knalligen Grün gehalten, unten ein recht dezentes Rajuntek-Logo und oben den Power-Button. An der Seite haben wir so ein paar silberne Streifen, die das Ganze, wie ich finde, auch noch recht edel erscheinen lassen. Seitlich haben wir auch eine Aluminiumplatte, die mit vier Schrauben gehalten wird. Ein paar Lufteinlässe sind dort auch noch vorhanden, dahinter ist aber kein Staubfilter. Die Schrauben sind hier schwarz, in Gehäusefarbe hätte ich hierbei schöner gefunden. Die Oberseite ist auch aus einem Stück Aluminium gefertigt und hier noch um die Kanten herum gebogen. Die Bürstrichtung ist dabei genau wie bei den Seitenteilen nach hinten, sodass man hier ein einheitliches Äußeres hat. Der Power-Button an der Front hat einen guten Druckpunkt und lässt sich schön drücken, lässt ihn nicht zu tief reindrücken und fühlt sich recht knackig an. Darüber haben wir die restlichen Anschlüsse, zwei USB 3.0 und Kopfhörer und Mikrofonanschluss. Zwei USB 3.0 sind natürlich nicht so viel, wir haben hier aber auch ein recht kleines Gehäuse und mit mehreren könnte es dann auch leicht überladen wirken. Insofern finde ich das hier auch in Bezug auf eine Designentscheidung ganz gut. Zudem wird man so ein kleines Gehäuse ja wohl fast immer auf dem Tisch stehen haben und dort kann man zur Not auch hinten an die Anschlüsse recht gut ranreichen, ohne sich verrenken zu müssen oder hinter den Tisch zu kriechen. Die Seite ist mit einem Sichtfenster ausgestattet, aber nicht die übliche Seite wie wir schon sehen. Das Sichtfenster ist natürlich aus Plexiglas, also Echtglas kommt hier nicht zum Einsatz und sitzt auf etwas hervorgehobenen Bolzen. Diese sind natürlich auch designtechnisch noch mit einbezogen. Ich finde es ganz schick, wenn es so aufliegt. Manche hätten es vielleicht lieber mehr an die Gehäusewand integriert gehabt. Ist natürlich Geschmackssache, was man lieber mag. Unten haben wir auch eine gebogene Aluminiumplatte, die wieder um die Ecken geht. Dann haben wir vier Gummifüße, also die sind nicht nur am Ende gummiert, sondern generell aus so einem relativ harten Gummi, was aber immer noch gut entkoppelt und auch ordentlichen Halt gewährt, sodass das Gehäuse nicht von alleine rumrutscht oder man es mal mit dem Ellbogen vom Tisch stoßen kann, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Hinten wird nochmal das etwas ungewöhnlichere Layout klar, denn das Mainboard wird hier auf der anderen Seite wie üblich installiert. Das heißt, man kann das Gehäuse links von sich stehen haben, wenn man in das Sichtfenster reinschauen möchte. 120mm Lüfter ist hier schon vorinstalliert, ist auch die einzige Lüftermontagemöglichkeit, die das Gehäuse zu bieten hat. ITX-typisch sind zwei Slotblenden vorhanden, hier sind auch nur maximal Dual Slot oder maximal 2,5 Slot Grafikkarten möglich. Einen Netzteilkabelanschluss haben wir hinten auch, warum der da ist, das sehen wir gleich auch noch. Werfen wir einen Blick auf das Zubehör, welches recht spartanisch ausfällt. Wir haben eine kleine Tüte mit sagenhaften zwei Kabelbindern, einem Speaker und ein paar Schrauben zur Installation. Die sind nicht weiter vorsortiert bei der übersichtlichen Menge an Schrauben, aber auch nicht wirklich notwendig. Insgesamt auf jeden Fall ausreichend, aber mehr als zwei Kabelbinder kommt schon, dass wir das jetzt wirklich sein können. Zwei sind dann doch ein bisschen wenig. Nun gut, schauen wir uns die Anleitung an. Das ist ein großes, gefaltetes Blatt. Auf der einen Seite haben wir langweilige Garantieinformationen, auf der nächsten Seite die eigentliche Anleitung. Diese besteht aus ein paar recht detaillierten Bildern, immer noch mit einer kleinen Schrift dargestellt, was hier gezeigt wird. Also kurz in Deutsch, einmal Installation der Grafikkarte, wer das von den Bildern nicht sehen sollte. Die Bilder selbst sind aber, wie ich finde, sehr schön. Mit den Pfeilen sieht man immer, was man machen muss. Und so viele hundert Möglichkeiten von Modularität her bietet das Gehäuse dann auch nicht, dass man unbedingt eine ausführlichere Anleitung bräuchte. Die Bebilderung ist insgesamt gelungen und als Anleitung ist das Ganze auf jeden Fall in Ordnung. Wer jetzt wirklich unsicher sein soll, wo er zum Beispiel eine Festplatte installiert, der kann das anhand dieser Bilder auf jeden Fall nachvollziehen. Schauen wir ins Innere des Gehäuses. Dort geht es auch sehr kompakt zu, was einem natürlich direkt ins Auge sticht, sind die Kabel. Hier die Frontpanel-Anschlusskabel. Die sind auch größtenteils schwarz, nur das HD-Audio-Kabel ist am Ende noch so 2-3 cm mit bunten Kabeln versehen. Das gleiche gilt für die eine Fortführung vom USB 3.0-Kabel. Was ich aber grundsätzlich schön finde, ist, dass das USB 3.0-Kabel die Möglichkeit bietet, auf USB 2.0 zurückzuschreiten, wenn man jetzt ein älteres Board hat, was keinen Anschluss für USB 3.0 an Bord hat, der kann hier auch einfach den 2.0-Anschluss nehmen und die zwei Frontpanel-Anschlüsse sind dann nicht tot. Die USB-Anschlüsse, gerade da hier nur USB 3.0 geboten ist, eine sinnvolle Sache, denn gar keine an der Front wären schon etwas mager und die Adapter sind nicht billig. Hier haben wir den Netzteil-Anschluss. Das Netzteil wird hier nämlich stehend installiert. Da man aber das Kabel im Regelfall ja hinten anschließen möchte, wird das Kabel einmal hinten durchgeschleift und wir können ganz normal alles hinten am Heck anschließen, ohne dass wir irgendwelche Anschlüsse von unten langführen müssten. Beim Netzteil muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu lang ist, sonst kann es mit langen Grafikkarten und auch dem Kabelmanagement später etwas kompliziert werden. Hinten, wie gesagt, der vorinstallierte 120mm-Lüfter mit einem ganz normalen schwarzen Kabel, also fällt nicht negativ auf, mit 3-Pin-Anschluss. Der Lüfter, ja, er ist nicht der leiseste, eher Durchschnitt und hat ein leichtes Nebengeräuschklackern, also wenn man jetzt nur ein Office- oder HT-PC für den Wohnzimmer baut, dann kann man ihn behalten. Gerade da es der einzige Lüfter ist, würde sich bei einem Gaming-PC oder einem höherwertigen Rechner doch lohnen, ihn gegen ein besseres Modell zu ersetzen. Darüber sind die beiden Slotblenden. Diese sind zum Rausschrauben installiert, wie ich finde, die beste Wahl, denn zum Raussbrechen ist natürlich aus offensichtlichen Gründen schlecht und zum Raussklippen wird das Plastik oftmals spröde. Daumenschrauben hätten dem hier auch nicht geholfen, da man ja sowieso gerade so nur mit den Fingern rankommt und ein Schraubenzieher hier so oder so die bessere Wahl ist. Darüber haben wir noch einen Schacht für eine 3,5 Zoll HDD oder 2,5 Zoll SSD, je nachdem, was man verbauen möchte. Wenn man den Schacht nicht braucht, kann man ihn auch entfernen, der ist nämlich geschraubt und dann hat man Platz für eine breitere Grafikkarte. Wenn möglich, sollte man natürlich hier auf Grafikkarten mit Radiallüfter-Konzept setzen, da die die Luft direkt aus dem Gehäuse rauspusten können. Bei einem Axiallüfter, der das einfach nur im Gehäuse verteilt, hat man bis auf den 120mm-Lüfter natürlich nicht viel Platz, um die Luft aus dem Gehäuse abzuführen. Da sind die Möglichkeiten begrenzt. Generell würde ich davon abraten, hier eine Grafikkarte mit einer TDP von, ich sag mal, wesentlich über 200 Watt zu installieren. Dann wird es auch irgendwann einfach fast unmöglich, in dem Gehäuse die Hitze abzuführen. Unten lassen sich auch noch Laufwerke installieren, eine 3,5 Zoll oder zwei 2,5 Zoll HDDs oder entsprechend SSDs in den meisten Fällen wahrscheinlich. Diese sind aber auch noch entkoppelt. Die sind gesteckte Entkoppler. Wenn man also verschiedene Bohrpositionen braucht, bzw. Schraubpositionen, kann man die auch verändern. Je nachdem, wie man das eben benötigt. Man muss natürlich mit den SATA-Kabeln dann gucken, wo man sie legt, weil das Sichtfenster da auch ist. Aber Kabelmanagement ist im Gehäuse ja eh ein bisschen tricky. Das werden wir auch nachher noch sehen. Man muss sich eben Mühe geben. Und genau das werden wir uns jetzt angucken, denn im nächsten Schritt werde ich mein Testsystem verbauen. Diesmal aber ein anderes. Da mein normales ATX-System logischerweise nicht reinpasst, habe ich hier auf ein schickes kleines APU-System gesetzt. Wer außerdem Angst hat, dass das Netzteil seine Luft nicht loswerden kann, das Ganze ist so ein, zwei Zentimeter nach innen versetzt. Und mit den Füßen steht es ja auch noch ein bisschen erhöht. Also die Abluft vom Netzteil kann problemlos nach außen entweichen. Man sollte es jetzt vielleicht nicht auf den dichtesten Teppich stellen. Dann kann es wirklich etwas eng werden. Und im Zweifel kann es dann auch überhitzen. Deswegen Parkett, Laminat oder eben in den meisten Fällen logischerweise ein Tisch. Da ergibt sich das Problem nicht. Wie ist es mir beim Bauen ergangen? Nun, ich würde einige Sachen jetzt im Nachhinein anders machen. Zum Beispiel würde ich manche Netzteilkabel schon installieren, bevor ich das Netzteil selbst installiere. Denn gerade wenn man hohen RAM hat und die RAM-Bänke hier, wie in dem Fall, das Haupt-ATX-Kabel da zu installieren, so mit zwei Fingern und dann blind ertasten, war nicht unbedingt lustig. Da habe ich ein paar Minuten dran gesessen. Die anderen Kabel muss man natürlich gucken, wo man sie verstaut. Wenn man jetzt nicht auf ein APU-System setzt, was sich hier auch anbietet, und noch eine Grafikkarte installiert, kann ich die Kabel auch jetzt nicht so wie hier oben verlegen. So sind sie zwar aus dem Sichtfeldfenster raus, würden aber eine Grafikkarte blockieren. Dann müsste ich alles ein bisschen weiter nach links schieben. Generell ist das natürlich ein recht minimalistisches System. Wenn ich jetzt unten noch zwei SSDs verbaut hätte und noch eine Grafikkarte, dann wäre das schon sehr eng geworden. Zur Installation empfiehlt es sich außerdem, den Lüfter einmal zu deinstallieren und dann später wieder anzuschrauben. Es sind ja nur vier Schrauben, dann kann man auch viel besser noch drin arbeiten. Das Netzteil ist, wie ihr seht, auch schon ziemlich grenzwertig. 16 cm ist das. Und dann noch mit modularen Anschlüssen, die natürlich auch ein bisschen mehr Platz brauchen, als wenn man einfach einen einzelnen Strang hätte, muss man schon die Kabel etwas abknicken. Und eine Grafikkarte, die jetzt noch bis nach hinten durchgehen würde, wäre jetzt nicht mehr möglich. Eine Möglichkeit wäre natürlich ein sehr kurzes Netzteil oder vielleicht sogar ein SFX-Netzteil, was man verbauen kann. Dann hat man natürlich auch keine Probleme mit eventuellen längeren Grafikkarten. Mit dem Gesamtergebnis bin ich dennoch relativ zufrieden und was man durchs Lichtfenster nicht sieht, gibt es ja bekanntlich sowieso nicht. Beim Bauen ist ein bisschen Vorsicht geboten und ein bisschen Feingefühl notwendig, aber dann kann man hier wirklich sehr schöne PCs drin realisieren. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt hat mir das Ratschentech Metis sehr gut gefallen. Wer ein bisschen vorsichtig beim Bau ist, der kriegt hier wirklich ein Hinguckergehäuse. Natürlich gerade, wenn man so eine farbenfrohe Version wählt. Wem das Grün außerdem nicht zusagt, das Gehäuse ist noch in Silber, Weiß, Blau, Rot erhältlich. Also da ist an Farben einiges geboten und man kann das entsprechend auf sein Setup auch abstimmen oder je nachdem einfach, welche Farbe man gerne mag. Große Kritikpunkte konnte ich eigentlich keine finden. Die Schrauben, welche die Seitenwände an Ort und Stelle halten, könnten meines Erachtens nach noch in der entsprechenden Gehäusefarbe sein. Dann würde das nicht so auffallen. Die zwei Kabelbinder in Zubehör, gut, das hätte jetzt auch das Doppelte oder Dreifache sein können, weil die kosten ja echt nichts. Da könnte Ratschentech ruhig noch etwas nachlegen, aber insgesamt ein rundum gelungenes Gehäuse. Deshalb erhält es von mir abschließend auch den Mr. Apfel Gold Award. Das soll es mit dem Review auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like oder ein Abo sehr freuen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Gehäuse doch in die Kommentare. Ein herzliches Dankeschön auch an Ratschentech für die Bereitstellung ihres Gehäuses für diesen Test. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann geht es weiter mit meinem etwas anderen Bauprojekt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Tschüss.